Willkommen bei Skydive Nuggets. Was machen wir jetzt? Springen. Was habe ich gerade gesagt? Spaß haben. So sieht es aus. Mit diesem Mann und dieser Frau. Aus welcher Höhe springen wir? 4.000 Meter. Wie jetzt? Ja, 4 oder nicht? Was steht da? 4.000 Meter. Hast du dich so mutig? Heute Morgen bist du aufgestanden, hast Müsli gegessen und hast gesagt, heute springe ich aus Viertus. Hervorragend. Finde ich krass. Also dann noch kurz ein Thumbs up in die Kamera, damit ich auch mit drauf bin. Hervorragend. Am Anfang, da war jemand aus dem Lektor. Am Anfang, da war jemand in die Kamera. Am Anfang, da war jemand in. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018